So, wir sind stehen geblieben, da wo wir die Medikamente geholt haben und wir haben noch eine Save-Tasten-Kombination, wozu auch immer. Mal gucken ob wir die auf dem Weg zum Klassenzimmer irgendwo gebrauchen können. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich einen Spind gesehen hatte. Vielleicht ist das die Kombination für den Spind. Hier, das meine ich. Ein Video-Band. Noch eins. Dann wollen wir mal uns das Video-Tape anschauen. Dann wollen wir das Video-Tape anschauen. Soll es nicht, sie werden sterben oder sie werden zeigen, und sie werden sie wegnehmen. Ich kann das nicht passieren. Entschuldigung, Molly. Ich habe alles zu tun, aber ich muss mich selbst herausfinden. Ja, das ist die Crawfurt, nicht wahr? Ich muss ganz laut sein, wie hier. Warum ist die Steuerung gerade so merkwürdig? Oh Gott. Dankeschön. What's that? Nothing. You can quit with the act, Molly. I know you're from Crawford. What? Who told you that? I saw you on a security tape. Why'd you lie to me? I said there were stories about Crawford. I never said that's how I knew about it. I never lied to you, and even if I did, so what? I don't owe you anything. You saved my life twice, but you can't tell me the truth. Are we really gonna do this now? I guess that's up to you. I used to live here with my sister. She was 14 years old. When the dead started walking and Crawford shut itself in, it seemed like a pretty good deal at first. We were safe. We had everything we needed to survive. Then the rules started coming down. No one who couldn't justify their place, earn their keep. No one who required special care. My sister was diabetic, and by Crawford's rules, that made her a liability. I kept it a secret. I kept her safe for as long as I could. But in the end, I couldn't protect her. That's when I got out. Crawford, they always talked about how their system worked. How anything was better than becoming one of them. But I saw what they'd already become. I just wished I could have seen it before it was too late. Before they came and took my sister away. Aye. Das hat sie alles nur für ihre Schwester getan. Das hat sie alles, was ich von ihr left habe. Ich hatte nicht Zeit, um es zu nehmen, bevor ich aus Crawford rausgebe. Ich wollte es einfach, okay? Es ist okay, Bonnie. Ich verstehe. Sie ist schön. Was der? Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, um hier rauszukommen. Wenn sie nicht diejenige ist, die gerade die Glocken läutet. Oh Gott. Wer läutet die Glocken? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich höre jemanden kommen. Was du hier machst? Kenny und ich können noch nicht die Tür öffnen. Er hat mich raus, um etwas zu suchen, das wir können, um es öffnen. Ich habe das gefunden. Ben? Wo hast du das bekommen? Es war in der Tür hier, am Ende der Halle. Oh nein. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ben, warum? Das wird doch nicht umsonst dran sein. Ah Gott! Gut gemacht, klemmt ein. In der Armour. Wir können nur diese verdammte Tür öffnen. Komm schon, du! Das ist meine Schuld, alles meine Schuld. Das ist meine Schuld. Die Hälfte zu sagen. Ben? Wir haben uns das gesagt. Nein. Warte. Ich will wissen, was er bedeutet. Was bedeutet das alles, deine Schuld? Kenny? Ich bin so sorry. Ich bin so sorry, man. Katerin! Das ist nicht die beste Zeit. Was du getan hast, ist es für später. Ben? Nein, Ben. Ben, das ist eine ganz schlechte Situation, eine ganz schlechte Situation. Nein, Kenny. Nein, 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 nein. Nein. Es ist okay. Es ist okay, wir können sie später machen. Aber jetzt... Danke! Wir rügelten das später. Ich bin entschuldigung, Ben. Ich weiß, du bist gut. Aber all I want to do ist zurück zu Omi. Und du hast das zu risk. Warte, nicht ich eine Vögel? Natürlich. Ben ist schön. Er ist meine Freundin. Wir lassen keine Freundinnen hinterher. Das ist meine Vögel. Ich enthalte mich. Ich enthalte mich. Ich enthalte mich. Ich enthalte mich. Wir werden das später herausfinden. Was ist das mit dem Rest? Wir werden nicht ein bisschen... Oh Gott. Leute. 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 Ja. Lass uns gehen, bitte. Oh. 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 Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Ach, das ist gut ne Waffe. Das ist gut, Kenny. Das ist sehr gut. Okay, weiter, weiter, weiter. Wir brauchen mich ohne die Position verschwinden. Lie, 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 bitte. Lie, 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 komm mal hoch, komm mal hoch, komm mal hoch. Nein, schieß doch, warum schießt du nicht? Ich hab' drauf, schießt du drückt. Ja, neuer Versuch. Jetzt aber, komm, einer beim Wackeln. Nach oben schauen. Den geben. Bein wackeln. Nach oben schauen. Der nächste, komm. Komm, noch mal nach oben schauen. Okay, am Bein kommt. Komm, die, 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 die kommen. Ach Gott, wo kommt, wo kommt jetzt her? Platz da. Tut mir leid, hier ist nicht Platz gerufen für zwei. Lass mich durch. Komm schon. Hey, was soll das denn jetzt? Da ist die Waffe los. Danke. Alles okay, Clem. Teil hat mir. Ja. 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 Gott sagt mir nicht, dass diese riesige Zombie-Herde auf dem Weg hierher ist. Oh mein Gott, nein. Ben, 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 Ben. 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 Ben, nein. Ich hab dich, ich hab dich. Ich hab dich. Come on, you can do it. There's no time. You have to go. Now. Come on. Komm doch mit, man. Komm, Kenny. Bitte. Nein, nein. 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 Ich zieh dich hoch. Was ist mit Omeet? Krista. Krista, don't. Krista, geh nach. Never should have left you. I'm so sorry. Krista, geh weg from him. Krista. 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 Das glaube ich dir. Das können wir machen. Das ist richtig. Ich müsste sich dran gewöhnen, aber es ist trotzdem schlimm. Nein. Das ist richtig. Ich habe mich mit viel, Vernon. Ich muss es überlegen. Natürlich. Geh dein Zeitpunkt. Aber ich möchte dich über ein paar Dinge denken. Du bist ein guter Mann, Lee. Du bist so gut, wie du siehst. Du bist so gut, wie du siehst. Und sie sich auf dich an. Wahrscheinlich so. Aber es ist anders mit einem Kind. Du hast ihn so weit gebracht, aber später oder später, sie könnte dich für mehr, als du sie kannst. Entschuldigst du sie. Entschuldigung, wenn das schwer zu hören. Aber es ist die Wahrheit. Ich empfehle dich, Vernon. Ich denke mir das, okay? Du machst das. Okay. Ja... Nach all we've been through, you're just gonna leave? Yeah, I figured you don't owe me anything. I got what I wanted in Crawford, and I never did like the water. Where will you go? I don't know. I'll figure it out when I get there. What do you want me to tell the others? Tell them whatever you want. I'm not real big on Dubai's. Tell Clementine she's going to be okay. You've got a good one there. She reminds me of me. Am Anfang kam sie merkwürdig rüber. Sie ist auch noch ein bisschen merkwürdig, aber ich kann ihren Hass, den ein Zombie, verstehen. Und eigentlich ist sie ja schon mal nette gewesen. Hey, sweet pea. Kenny's working on the boat. I know. Das richtig. What are we going to do, after he fixes it? Where will we go? I don't know. We'll figure it out. We always do. Clem, honey. What's wrong? Is Ben going to be okay? He doesn't seem the same since he got back. Hmm... Schwierig. Ben's a good kid. I think he's just feeling guilty about some of the decisions he's made. He's getting the feeling like he's a burden on the rest of us. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? I don't have time to go. We really shouldn't stay here any longer. It's not safe. I'm sorry Clementine. I'm so sorry. Oh man, tut mir leid. Aber ich bezweifle halt, dass ihre Eltern noch im Leben sind. Clementine. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, mein Controller ist fast leer. Den müsste ich mal kurz anschließen. Okay, so. Und wo ist Clementine jetzt? Oh nein. Bitte nicht. Sag jetzt nicht, sie ist abgehauen. Das ist walkie-talkie. Wem kann ich mir die Müllbeimer ansehen? Oh Gott, nein. Nein. Da habe ich es richtig gesehen. Oh nein. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Leigh? 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 Wo ist das? Das ist ein Walkers. Der Mann hat mich von hinterher. Also wo ist Clementine? Clementine ist weg. Ich habe sie in der Radie auf dem Boden. Das ist alles, ich habe gefunden. Keine Chance, dass sie einfach weggegangen ist? Nein. Keine Chance. Dann wer die Böden hat sie? Ich weiß nicht. Vorher Nacht, Vernon kam zu mir und hat sie mit ihm geholfen. Sie sagten, sie hätte sie besser. Ich muss ihr das zeigen mit dem Biss. Wer ist mit mir? Wir alle für Clementine. Und in deinem Zustand, er kann es nicht mit ihr in der Zeit kommen. Sie braucht unsere Hilfe. Und das stimmt. Wir können dich alleine machen. Das ist das Problem. Wir suchen Clementine zusammen. Ja, was wir warten? Vielen Dank, Leute. Ich empfehle mich. Du bist ein guter Freund, Clementine. Du bist ein guter Freund, Clementine. Du denkst nicht, ob wir ihn mit uns bringen, sind wir? Nein. Du bist ein guter Freund, Clementine. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich wollte ihn mitnehmen, ich wusste aber nicht. Ich hab die Antwort vom Masel. Bitte lass Ben nichts passieren. Bitte. Tut mir leid, er hätte doch helfen können. Egal, konzentrieren wir uns darauf, Klimt einzuwerfen. Ok, gut. Vernon scheint schon abgehauen zu sein. Woher sind sie? Sie sind weg von hier. Vernon, raus hier! Es gibt keine Probleme hier. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Oh Gott. Der Biss macht ihn ganz langsam zum Schaufen. Und ich glaube die Horde ist angekommen. Yep, ich glaube das ist die Horde. Der Biss macht ihn. Glimmtai, bin du gut? Wo bist du? Vernon, du Scheiß! Der Horde? Hm? Wer ist das? Es ist nicht Vernon, wenn du das denkst. Und du solltest wirklich deinen Ton aufhören. Glimmtai ist gut. Was willst du von mir? Vor uns ist erfolgt. In Episode 5, die Zeit wird knapp. Ja, Statistiken. Okay. Okay, die meisten Leute sind mit allen gegangen. Manche nur mit Kenny, manche auch nur mit alleine. Eieiei.